Der wahre Grund, warum du immer wieder rückfällig wirst und es ist nicht, was du glaubst. Viele haben Rückfälle nach 7 Tagen, 14 Tagen, 21 Tagen, meistens so in der Zeitspanne und müssen immer wieder von vorne starten. Egal, ob es mit dem klassischen P-Konsum ist oder ob es mit Soft-P-Konsum ist. Am Ende wird es dazu führen, dass du frustriert bist, dass du traurig bist, dass du enttäuscht bist von dir selbst, dass du es einfach da nicht raus schaffst. Dadurch wird dein Selbstwert auch noch weiter abgesenkt. Was ist jetzt der Grund, dass du es einfach nicht schaffst, langfristig ein für alle Mal vom P-Konsum und auch vom Soft-P-Konsum endlich wegzukommen? Der Grund ist, weil du ein Mangel-Mindset hast, was das Thema Frauen angeht. Stell dir vor, du wärst in einer glücklichen, erfüllenden Beziehung, in der du regelmäßig Bett-Spaß hast. Oder stell dir vor, du hast gerade aktuell eine Rotation von 2-3 Frauen, die du regelmäßig triffst, wo du mit diesen Frauen Freizeitaktivitäten machst. Und regelmäßig Bett-Spaß hast. Würde es für dich dann attraktiv sein, dich mit deiner Hand vorzupflanzen und dich in eine digitale Scheinwelt zu flüchten? Wenn du wirklich einen Überfluss, was Frauen angeht, aktiv in deinem Leben hast. Oder wenn du davon überzeugt bist, dass du das jederzeit bekommen kannst. Dann würdest du dich niemals mit diesem digitalen Billig-Ersatz zufrieden geben. Also triff jetzt für dich eine Entscheidung, zu tun, was auch immer nötig ist, um von diesem digitalen Billig-Ersatz loszukommen. Wenn du für dich selber eine klare Entscheidung getroffen hast, nicht mehr im Zweifeln bist, dass du ein für alle Mal davon wegkommen willst, dann darfst du dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Dafür einfach den ersten Link unten in der Videobeschreibung anklicken. Ich werde dafür sorgen, dass du einen 12-Wochen-Schritt-für-Schritt-Plan von mir bekommst, der dazu führen wird, dass du endlich frei wirst vom P-Konsum und auch vom Soft-P-Konsum, dass du massiven Selbstwert aufbaust, dass du verstehst, was es bedeutet, Disziplin wirklich zu leben, sodass du zum hochwertigen Mann werden wirst, der sich von seinen negativen Gewohnheiten trennt und dadurch automatisch in ein Überfluss-Mindset kommt, was das Thema Frauen angeht. Wenn dich das interessiert, einfach den ersten Link unten in der Videobeschreibung anklicken. Wenn du es immer noch nicht machst und weiter faule Kompromisse leben willst, dann ist dir sowieso nicht mehr zu helfen. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, das Video zu liken, vergiss nicht, das Video zu teilen, damit es andere Männer auch zu sehen bekommen und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao!